Nein, ich hab gar kein Gebot! So wieder! Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, hallöchen. Genau, wir sind mit der Yerzo unterwegs. So, und wir haben den, wie heißt der? Mastermind. Wo muss ich denn hin? Als Killer, das ist total lazy. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich hab jetzt schon Skillcheck verkackt, weil ich ihn gesehen habe. Ich seh hier gar nichts. Ich hör ihn nur, also... Ich hab auch den übelsten Herzschlag. Ich hab richtig, ich hab ja Panik ohne Ende. Da laufen zwei Leute weg. Ah, ich hab ihn gesehen. Er ist ziemlich schnell. Er ist bei diesen Holthütten, bei diesen Trümmern. Ja, ich weiß, das bin ich ja auch. Oh, ich seh ihn. Alter, warum ist die Musik so verdammt laut? Ich geh jetzt wieder an meinen Generator dabei. Wie kommt der grad zu euch denn? Ja, der ist jetzt einmal wieder rüber gelaufen zur anderen Mapseite. Ich traue mich gar nicht hier weg zu gehen. Ja, ich traue mich gar nicht zu reden oder so. Oder woanders hin zu gucken als auf diese... Ich hier liebe Scheiß Krähe. Auf den Skillcheck. Aber der Typ weiß definitiv, wo er sein Handbuch hat. Oh, richtiger Ketchup-Experte. Okay, er ist bei mir. Er macht meinen Jen kaputt. Aha. Hat er nicht gesehen. Ich hatte eben kurzzeitig Kacke gebaut. Aber das hat er nicht mitgekriegt, glaube ich. Oh ja, er läuft weg. Er läuft zu dem fertigen Jen. Irgendwo ist doch hier dieses blöde... Tote. Weißt du, ich kann nur eins dazu sagen. Der Typ, ne? Der weiß, wo er sein Handbuch hat. Ich war äh. Der Typ ist hier vielleicht schlecht. Er ist hier in Tote. Weil das nicht. Doch, ich hab's... Nee, ne? Naja. Das wird jetzt bestimmt richtig risky. Na. Da. Da ist der Typ. Ist der Typ jetzt in dieser Laufzeit. Das hier steht ja nicht. Das Problem bei diesem Typen ist es, dass der so verdammt schnell ist. Das ist der Roadrunner der Killer, ich sag's dir. Er spielt hier Klavier. Heiliger Bim Bam, ich bin genau da, wo er ist. Hier Spuk? Aber ich glaub, er hat mich nicht gesehen. Er hat mich echt nicht gesehen. Ich weiß grad nicht, wo er ist. Was war das? Alter, da hängt einer am Galgen. Ja, ich weiß, da hat er vorhin schon versucht, drauf einzuhämmern. Aber du weißt jetzt auch nicht, wo er ist, ne? Ja, eben war er hier. Ich weiß auch nicht, wo ich hinlaufen soll, wenn er kommt. Also er ist auf jeden Fall bei mir ganz in der Nähe. Ich versuch auch grad nicht, diese Treppe aus der Augen zu lassen, aber ich weiß nicht, ob's dir noch einen Weg nach oben gibt. Alter, wenn ich den schon nicht mitgekriegt habe, wie der hier lang läuft, den kriegt er aber auch nicht mit. Oder es gibt noch einen Weg. Er war sogar oben bei mir. Da ist ein Jen fertig. Oh, scheiße. Hä? Schau noch mal. Oh, er kommt, er kommt, er kommt, das hat er mitgekriegt. Was, dass der fertig ist? Nein. Dass ich den Jen gerade verkackt habe. Hä, wo hast du den denn verkackt? Ähm, am Saloon, oben auf dem Balkon. Ich bin hier voll in der Sackgasse. Okay, ich versuche jetzt mal Glück noch mal am Jen. Er ist jetzt wieder auf diesem Steg, wo dieser Typ baumelt. Ja, 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 er ist jetzt aber wieder runtergekriegt. Ich hab dir Herzschlag. Er ist runtergesprungen und geht Richtung anderen. Er ist oben im Haus. Okay. Bei dem Gender. Versuch da irgendwie draufzukloppen. Ah. Ah, jetzt läuft er rum. Ich weiß einfach nicht, wo die Leute sind. Doch, gleich. Er kommt auch wieder zu mir. Okay. Ich versteck mich einfach im Busch. Ah, hier ist übrigens auch... Hier ist auch ein Toten, falls du eins brauchst, ne? Okay. Ich kann ihn halt jetzt nicht sehen von hier aus. Aber er ist immer noch bei mir in der Nähe auf jeden Fall. Ja? Ja, ja. Der weiß, wo er sein T-Shirt hat. Was ist das für ein Geräusch? Oh, hier ist ja gleich ein Keller. Das wäre ja jetzt doof, wenn er mich da runtergeschleppt hätte. Alter, warum ist das so verdammt? Oh, der ist aber angepressen. Irgendwie hat er gerade kein Glück, ne? Nee, ich glaube, der kann das auch noch nicht richtig. Weil es hing noch gar keiner. Warte, meine Musik ist schon wieder so laut. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Halt den mal schön bei dir. Ich mach den Jen fertig. Oh oh, ich hör Herzschlag. Naja, er war eben bei mir oben da, wo ich den Jen verkackt hab gerade wieder. Wir wissen alle nicht, wie das passieren konnte. Oh, er kommt, glaube ich, ne? Nicht zu mir? Wo ist denn hier? Er kommt zu mir! Oh, das ist ein Survivor. Heiße, und der Jen war fast fertig. Ist doch kein Problem. Wir machen jetzt hier einen anderen Jen fertig. Ja, ich wollte aber auch einen fertig machen. Und gibt ja auch für mich Punkte. Und ich wollte eigentlich nicht hängen, ey. Ah, du bist die Erste, die hängt? Ja, wollte ich eigentlich nicht. Okay, er kommt jetzt wieder zu uns. Ja, ihr seid ja alle auf einem Augenlose. Ja, er kommt wieder zu mir. Ja. Warte, wenn er ihn noch ein bisschen weg... ...ablenkt... ...dann komm ich jetzt einfach mal zu dir und rette dich. Er kommt zu mir. Er läuft weg. Ein Stück. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt, schnell, 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 schnell. Ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Und zack. Du bist Fry. Nein, du warst raus. Nein, ich hab gackert, ich hab gackert. Sovidea. Denkst du? Nee. Wo ist er denn? Das fragt er sich auch gerade. Geil. Er ist auf jeden Fall bei mir. Ich bin direkt an der Tür hier. Läuft zu der Tür? Läuft zu der Tür? Okay, dann bleib ich hier hocken. Zu welcher läuft der? Zu der? Ja, genau. Wo liegt die denn? Ich sehe die gar nicht. Uiuiuiuiuiuuiuiuiui. Wo bist du denn? Aha, da an der Tür. Wo er gerade war. Ah, okay, ich komme da auch hin. Nee, da ist er ja noch. Und dann mache ich die andere auf. Ich weiß gar nicht, wo waren die andere Türen? Hab sie. Ich öffne mal den Ausgang, ne? Ist er immer noch bei euch? Er ist jetzt am Eingang, also ich könnte gleich rauslaufen, wenn er wegläuft mal. Ja, dann komm doch zur anderen Tür einfach. Nee. Er wartet da jetzt die Sau, oder was? Tschüss. Ah, du bist raus jetzt. Warte. Okay, dann gehe ich auf. Der hat man ja einfach. Geschafft. Naja, er war schon... Alle haben es geschafft. Der war nerven mir auch reibend irgendwie, ne? Woaah. Huh. Das war's.